Zwangsvollstreckung droht? So handeln Sie richtig. Sind Sie wie vom Donner gerührt, weil Sie urplötzlich mit Vollstreckungsmaßnahmen Ihrer Gläubiger konfrontiert werden? Dann finden Sie hier genau den Rat, den Sie händeringend suchen. Hat man Sie zur eidesstaatlichen Versicherung oder zur Auskunft des Vermögensverzeichnisses beim amtsgerichtlichen eingesetzten Gerichtsvollzieher bestellt? Dann schauen Sie hier, wie Sie sich so verhalten, dass Sie Ihr Vermögen zu 100% schützen. Oder hat Sie das Finanzamt am Wickel, ebenfalls mit der gefürchteten eidesstaatlichen Versicherung? Dann lassen Sie sich von mir zeigen, wie Sie diese Prozedur um 5 Jahre nach hinten verschieben. Zeit genug, um Ihre finanziellen Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen. Wenn Sie von Zwangsvollstreckung bedroht werden, brauchen Sie vor allen Dingen eins. Nein, kein Geld, sondern Zeit. Zeit, um Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen und sich mit Ihrem Gläubiger auf einen vernünftigen, in Raten abzahlbaren Vergleich zu einigen. Dazu müssen Sie Ihre Gläubiger zunächst mal die Zwangsvollstreckungstour so richtig vermasseln. Und genau das schaffen Sie mit meinem Angebot Zwangsvollstreckung TV. Hier erfahren Sie blitzschnell, wie Sie einen bombenfesten Schutzwahl um Ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen hochziehen können. Und das innerhalb weniger Stunden. Ich garantiere Ihnen, an diesem Bollwerk werden sich Gläubiger und Gerichtsvollzieher die Zähne ausbeißen. Ich selbst hatte jahrelang mit Schulden zu kämpfen. 2,36 Millionen Euro. Miese musste ich aus der Welt schaffen. Dabei wurde ich dutzendfach mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen konfrontiert. Glauben Sie mir, ich bin von tausend Hunden gehetzt worden und habe tausend eins clevere Abwehrstrategien entwickelt, um diesen Verfolgern zu entkommen. Lassen Sie sich von mir buchstäblich ins Bild setzen. Sie haben in der Tat fast unendlich viele Möglichkeiten, der Zwangsvollstreckung zu entgehen. Sie müssen diese Möglichkeiten nur kennen. Und ich persönlich kenne keinen schnelleren Weg als mein Zwangsvollstreckungs-TV. Nutzen Sie dieses einmalige Angebot. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsanline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher